Ich starte jetzt mit der Verlesung des Ziehungsplans. Jetzt wird die Ziehung der 13. Lotterie des österreichischen Roten Kreuzes durchgeführt. Die Lotterie ist mit 76.262 Treffern im Gesamtwert von 3.377.210 Euro, davon mit 62 Haupttreffer und 76.200 Serientreffern ausgestattet. Die Losanzahl beträgt 7.500.000 Stück. Zur Ermittlung aller Treffer wird ein elektronischer Zufallszahlengenerator verwendet. Durch Ziehung von Gewinnnummern werden alle Losnummern bestimmt, auf die ein Treffer entfällt. Die Treffer werden in der laut Trefferverzeichnis, das sie auf der Losrückseite finden, angeführten Reihenfolge bestimmt. Die Ziehung wird in folgender Weise vorgenommen. Zuerst werden die Losnummern bestimmt, auf die die Haupttreffer entfallen. Dies erfolgt durch Ziehung von 62 Gewinnnummern aus der Zahlenfolge von 1 bis 7.500.000. Auf die zuerst gezogene Nummer entfällt der erste Haupttreffer. Mit der Ermittlung der 62. Gewinnnummer ist die Ziehung der Haupttreffer beendet. Danach erfolgt die Ziehung der Serientreffer. Durch Ziehung von 16 fünfstelligen Endnummern aus der Zahlenfolge von 0 bis 99.999 werden zuerst 150 Serientreffer zu je 2.000 Euro, dann 150 Serientreffer zu je 2.000 Euro, weiter 150 Serientreffer zu je 869 Euro, danach 150 Serientreffer zu je 300 Euro, in weiterer Folge 150 Serientreffer zu je 150 und zuletzt die 450 Serientreffer zu je 50 Euro bestimmt. Zuletzt werden durch Ziehung von 10 dreistelligen Endnummern aus der Zahlenfolge von 0 bis 999 die 75.000 Serientreffer zu je 22 Euro bestimmt. Mit Zustimmung des Notars beginnen wir jetzt mit der Ziehung. Wir starten mit der Ermittlung der Haupttreffer durch Ziehung von 62 Gewinnnummern aus der Zahlenfolge von 1 bis 7.500.000. Die folgenden drei Haupttreffer gewinnen Bargeld im Wert von je 100.000 Euro. Los Nummer 87.520 Los Nummer 5.442.970 Und Los Nummer 764.098 Die folgenden zehn Haupttreffer gewinnen Bargeld im Wert von je 10.000 Euro. Los Nummer 3.527.559 Los Nummer 4.627.809 Los Nummer 3.842.607 Los Nummer 3.704.486 Los Nummer 2.473.267 Los Nummer 5.777.380 Los Nummer 1.717.844 Los Nummer 4.717.845.00 Los Nummer 2.958.021 Die folgenden drei Haupttreffer gewinnen einen Audi A4 Avant im Wert von je 39.420 Euro. Los Nummer 4.422.00 Los Nummer 4.219.804 Los Nummer 4.219.804 Los Nummer 5.317.655 und die Losnummer 1.422.238. Die folgenden drei Haupttreffer gewinnen eine Audi A3 Limousine im Wert von je 32.025 Euro. Losnummer 3.269.821. Losnummer 7.438.378. Und die Losnummer 5.359.738. Die folgenden drei Haupttreffer gewinnen einen Audi A1 Sportback im Wert von je 23.450 Euro. Losnummer 1.344.085. Losnummer 448.086. Und Losnummer 1.117.954. Die folgenden zehn Haupttreffer gewinnen eine Traumreise im Wert von je 10.000 Euro. Losnummer 2.3.851. Und die Losnummer 5.592.943. Losnummer 1.503.735. Losnummer 1.503.735. Losnummer 5.231.677. Losnummer 2.850.983. Losnummer 3.194.199. Losnummer 3.194.199. Losnummer 5.360.951. Losnummer 5.360.951. Losnummer 2.121.772. Losnummer 2.593.670. Losnummer 2.593.650. Losnummer 2.593.650. Losnummer 3.893. Losnummer 3.783. Los Nr. 2.279.352. Los Nr. 977.737. Los Nr. 1.875.226. Los Nr. 6.484.871. Los Nr. 2.960.810. Los Nr. 1.885.569. Los Nr. 6.797.423. Los Nr. 379.845. Los Nr. 908.381. Los Nr. 2.403.544. Los Nr. 4.805.445. Los Nr. 2.251.752. Los Nr. 1.523.521. Los Nr. 179.991. Los Nr. 6.147.877. Los Nr. 2.050.166. Los Nr. 5.194.176. Die folgenden fünf Haupttreffer gewinnen je ein Jahr gratis einkaufen im Wert von 5.000 Euro. Los Nr. 7.021.967. Los Nr. 2.756.701. Los Nr. 5.832.798. Los Nr. 6.812.976. Los Nr. 7.016.098. Die folgenden fünf Haupttreffer gewinnen je eine Wohnungseinrichtung im Wert von 5.000 Euro. Los Nr. 3.200.750. Los Nr. 3.200.750. Los Nr. 21.812. Los Nr. 944.918. Los Nr. 2.241.380. Los Nr. 2.241.380. Und die Los Nr. 5.986.723. Die Ziehung der höheren Treffer ist mit beendet. Wir starten nun mit den Serientreffern A und B. Und zwar zuerst mit der Ermittlung der 1.200 Serientreffer A. Durchziehung von 16 fünfstelligen Endnummern aus der Zahlenfolge von 0 bis 99.999. Alle Lose mit den folgenden zwei fünfstelligen Endnummern gewinnen je ein E-Bike im Wert von 2.000 Euro. 16.232. 48.546. Und 22.319. Alle Lose mit den folgenden zwei fünfstelligen Endnummern gewinnen je einen Urlaub in Österreich im Wert von 2.000 Euro. 16.232. Und 37.472. Alle Lose mit den folgenden zwei fünfstelligen Endnummern gewinnen je ein iPhone 7 im Wert von 869 Euro. 79.247. Und 64.924. Alle Lose mit den folgenden zwei fünfstelligen Endnummern gewinnen je eine Armbanduhr im Wert von 300 Euro. 66.417 Euro. Und 70.311 Euro. Alle Lose mit den folgenden zwei fünfstelligen Endnummern gewinnen je einen Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro. 52.845 Euro. Und 62.634 Euro. Alle Lose mit den folgenden sechs fünfstelligen Endnummern gewinnen je eine Baumwolldecke im Wert von 50 Euro. 69.417 Euro. 31.257 Euro. 74.135 Euro. 90.209 Euro. 90.209 Euro. 90.209 Euro. 08443. Und 15.591 Euro. 90.209 Euro. Wir fahren fort mit der Ermittlung der 75.000 Serientreffer B. Durchziehung von zehn dreistelligen Endnummern aus der Zahlenfolge von 0 bis 999 Euro. Alle Lose mit den folgenden zehn dreistelligen Endnummern gewinnen je eine Taschenlampe im Wert von 22 Euro. 360. 360. 0,60. 0,73. 0,86. 0,86. 0,21, 561, 711, 429 und 509. Die Ziehung ist beendet. Die Ziehung ist beendet.